So Leute, nochmal ein ganz kleines Informationsvideo, wir haben es jetzt 23.25 Uhr, um 18 Uhr ist das Special losgegangen, weil ich auch verpennt habe. Ich danke erstmal allen, die dabei gewesen sind und Yannick für den Server, das er gegen ihn gehostet hat, dann auch für den TS3-Server Yannick, dankeschön. Und erstmal möchte ich mich bei allen bedanken, die jetzt nicht, also es sind schon richtig viele Leute gewesen, ab und zu war es auch so, dass Leute nicht mehr auf dem Server drauf konnten und ich konnte auch mal ganz kurz nicht auf dem Server drauf, weil es voll war. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, ich danke wirklich allen, die jetzt so dabei gewesen sind, jetzt nicht die ganze Zeit, aber für die Leute, die die ganze Zeit dabei gewesen sind, vielen Dank. Und ja, nochmal zur kleinen Aufklärung, ich habe mir hier meinen Movie 2 Ordner, wo ich das Ganze alles aufgenommen habe. Wir haben 2 Stunden und 45 Minuten auf Dings gezockt, also auf meinem Let's Play 20 Gather Server, das wird dann die Tage hochgeladen. Und dann haben wir nochmal Hunger Games 3 gespielt, leider. Am Ende war es ein bisschen buggy, aber hat trotzdem Spaß gemacht. Und dann nochmal ein anderes kleines Informationszeug. Der Nitrado Server wird die Tage offen bleiben. Die Map, wo wir den Dings gespielt haben, Let's 20 Gather, die wird drauf bleiben bis Dienstag. Und da könnt ihr dann drauf spielen. TS3 Server wird jeden Tag, denke ich mal, gewechselt. Und die neue IP, die wird mir Yannick dann immer schicken und ich werde die dann immer aktualisieren, damit ihr da immer auch auf den TS3 draufkommt. Ich werde auch ab und zu oft in meinem Server spielen, also den Nitrado Server, wo wir das letzte 20 Gather gemacht haben. Nur mal so zur Info, TS3 werde ich auch ab und zu mal onkommen. Ja, vielen Dank nochmal alle, die mitgemacht haben. Ähm, ich muss mal so schauen, weil der Nitrado Server läuft. Am Mittwoch ist der dann, äh, ist der abgelaufen. Dienstag, äh, 19 Uhr oder so, ist der dann halt noch, ähm, ja, offen. Auf jeden Fall, äh, könnt ihr da drauf schauen, wenn ihr wollt. Äh, Daten sind nochmal in der Beschreibung. Und wenn wir gerade nicht drauf können, dann bitte jetzt nicht irgendwie mich zumüllen. Dann liegt es einfach daran, dass der Server offline ist und ich denke mal, Yannick wird ihn aber auch noch online lassen. Wenn ihr da immer draufzocken wollt, er wird dann irgendwann die Map auch, äh, ändern. Ich bitte da wirklich, äh, Leute, grieft bitte dann nicht aus Langeweile oder was weiß ich. Wenn ihr nicht zocken wollt, dann, ja, dann lasst es einfach. Also bitte nicht griefen, weil das ist schade, dass dann gegrieft wird. Und das, 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 ähm, finde ich auch dann richtig scheiße. Und dann wird ihr gebannt und dann habe ich da keinen Erbarmen. Dann bin ich stinke sauer auf euch und, was weiß ich, kicke euch einfach mal auf Skype oder so, weil ich das einfach assi finde. Aber, naja, gut. Äh, danke allen, die dabei gewesen sind. Ich verabschiede mich hier. Wie gesagt, ich habe jetzt alles gesagt. Wehanger Games haben wir auch nochmal aufgenommen. Das müsste dann Wehanger Games Mittwoch, äh, Teil 3 sein. Aber ich nehme das, ich lade das halt schon später hoch. Ähm. Boah, ich denke mal, ich, ich denke mal, ich benenne das auch einfach um. Einfach in Wehanger Games mit Semi oder so. Auf jeden Fall, ich habe jetzt Hunger, alles mögliche, bin total kaputt. Danke, dass einige dabei gewesen sind. Es ist wirklich ein richtig geiles Special gewesen. Und, ja. Mal schauen, was ich da noch zum 800, 900er mache. Auch bestimmt sowas mit Community, irgendein anderes Spiel, mal Battlefield 3 Server oder so. Keine Ahnung, einfach mal schauen. Ich verabschiede mich. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss, euer Super Siemens. Ach, genau. Genau. Bevor ich es vergesse. Alle, die mitgemacht haben, schreibt mir bitte mal unter das Video euren YouTube-Kanal und alles, damit ich das dann in 700 Abonnenten-Facial eintragen kann. Und bitte bescheißt mich auch nicht, weil ich weiß so circa, wer mitgemacht hat. Und schreibt mir einfach euren Channel in die Beschreibung, damit ich das dann so verlinken kann. Tschüss.